Dr. Who. Der Boden fühlt sich seltsam an. Der Boden ist doch seltsam. Der Himmel allerdings auch. Aber der Boden noch mehr. Help me! Denn da sind welche drin. Ich habe heute das völlig Unmögliche gesehen. Und der Einzige, der das irgendwie plausibel erklären kann, ist der Doktor. Dieser Mann? Ich. Dr. Who. Die Serie. Montag 2015. In Aids Festival.